Laut den Grünen droht uns wegen der Klimakrise jetzt eine Hitzewelle und eine große Wasserknappheit. Und deswegen will der grüne Umweltminister jetzt den Anbau von Erdbeeren und Tomaten verbieten. Also die grüne Politik wird immer lächerlicher. Alle Details in diesem Video, los geht's! Wenn man sich so die Vorschläge der grünen Politiker anschaut, dann muss man sich langsam wirklich fragen, was das Ganze noch mit grüner Politik zu tun hat. Als erstes werden die klimafreundlichen Atomkraftwerke abgeschaltet und durch schmutzige Kohlekraftwerke ersetzt. Dann werden ganze Wälder abgeholzt, um dadurch Platz für Windräder und Solarparks zu machen. Und jetzt will man auch noch den Anbau von Obst und Gemüse verbieten. Das wird echt immer skurriler und immer lächerlicher. Die Bild-Zeitung hat dazu geschrieben, grüner Minister droht Verbot von Erdbeeranbau an. Der Sommer ist trocken, das Wasser ist knapp. Schon jetzt dürfen Bäume und Felder in vielen Regionen tagsüber nicht mehr bewässert werden, wenn es wärmer als 24 Grad ist. Doch das könnte sich schon bald nicht mehr ausreichen. Niedersachsens Umweltminister Christian Mayer von den Grünen bringt jetzt sogar ein Anbauverbot von Früchten wie Erdbeeren und Tomaten ins Spiel, die besonders viel Wasser benötigen. Also meine lieben Zuschauer, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber für mich haben die Grünen wirklich absolut nichts mehr mit Grünen zu tun. Für mich ist das wirklich bloß noch eine reine Verbotspartei. Eventuell sollten die sich ja umbenennen von Bündnis 90 die Grünen in Bündnis 90 die Verbotsdiktatoren. Ja, unglaublich. Also mir geht das einfach richtig auf den Senkel, dass die Politiker dieser Partei immer erst ein Problem sehen und dann immer nur mit Verboten regieren. Ja, zu was anderem sind die anscheinend nicht mehr in der Lage. Das ist doch komplett destruktiv. Ja, und genau hier sehen wir wieder das Gleiche. Wir haben zu wenig Wasser, also wollen die Grünen den Gemüse und den Obst am Bau verbieten, anstatt sich zu fragen, wie können wir denn mehr Wasser bekommen. Ja, ich hatte im letzten Video ja schon mal darauf hingewiesen, wo ich über Entsalzungsanlagen gesprochen habe, wo man aus Salzwasser kostbares Trinkwasser machen würde. Das wäre doch eine produktive Lösung. Ja, und dazu kommt, dass ja die Grünen nicht nur destruktiv sind bei ihren ganzen Vorschlägen, sondern auch noch mit ihren ganzen Verboten genau das Gegenteil von denen bewirken, was sie eigentlich wollen. Sie machen das Klima mit ihren Verboten nicht besser, sondern sie machen es sogar schlechter. Das hat man ja schon sehr deutlich bei der Abschaltung der Atomkraftwerke gesehen und das sieht man jetzt auch hier bei den Erdbeeren. Das ist wirklich unglaublich. Die Bild schreibt weiter, Landvolkspräsident Holger Hennies hält ein Verbot regional angebauter Tomaten und Erdbeeren für den falschen Weg. Damit löst man keine Probleme, sondern steigert nur die ohnehin schon sehr hohen Import an Gemüse und Früchten, die häufig mit deutlich größeren Umweltauswirkungen in Ausland angebaut werden. Fred Eickhorst, Geschäftsführer der Vereinigung Spargel- und Bärenanbauer, sieht keinen Grund für weitere Einschränkungen bei der Bewässerung. Schon jetzt würden Erdbeeren und andere Früchte in den meisten Fällen über Tropfschlöcher gegossen. Das Wasser landet zielgerecht direkt an der Wurzel. Zudem verlagert sich der Anbau von der Freifläche in den Fohrentunnel und auch dort braucht es weniger Wasser. Und genau das, meine lieben Zuschauer, ist das große Problem. Wir sind ja in Deutschland in so ziemlich allen Bereichen, die man sich ausdecken kann, schon jetzt hochtechnologisiert und arbeiten wirklich extrem effizient. Wir sind ja eine Industrienation mit klugen Köpfen, mit viel Technologie und mit vielen Maschinen. Auch hier bei der Bewässerung von Erdbeer, Tomaten oder anderen Obst und Gemüse. Wir sind da schon extrem effizient. Und wenn wir jetzt aber unseren Anbau von zum Beispiel Erdbeeren wegen Wassermangel verbieten, dann werden wir doch die Erdbeeren aus anderen Ländern importieren, so wie wir es jetzt schon mit anderen Obst und Gemüse machen. Und in den anderen Ländern fällt aber auch Wasser für die Bewässerung von den Erdbeeren an. Und ich wage jetzt einfach mal die These, dass wenn wir aus Dritte-Welt-Ländern importieren, dass sie dort deutlich mehr Wasser benötigen und deshalb sogar umweltfeindlicher sind, also quasi deren ihr Erdbeeren- und Tomatenanbau wesentlich schlechter fürs Klima ist als bei uns. Und dann kommt ja noch der ganze Transportweg, der ja auch nochmal umweltschädlich ist. Also anstatt jetzt die Erdbeeren während Wassermangel zu verbieten und dann Erdbeeren aus anderen Ländern zu importieren, könnten wir doch auch einfach entweder für mehr Wasser sorgen oder auch Wasser importieren und dann weiterhin bei uns klimafreundlicher anbauen. Das ist das Gleiche mit den Atomkraftwerken. Wir schalten unsere hochsicheren und hochtechnologisch effizienten Atomkraftwerke ab und importieren jetzt Atomstrom aus Ländern, die deutlich unsicherer sind. Das passt doch auf keine Kuhhaut. Und natürlich, wenn wir jetzt das Wasser importieren, um damit bei uns zum Beispiel die Erdbeeren zu bewässern, natürlich werden dann die Erdbeeren teurer. Aber ob es jetzt teurer wird durch den Import von Erdbeeren oder durch den Import von Wasser, um die Erdbeeren zu bewässern, das ist doch egal. Wenn wir ein Problem haben, dann wird das sowieso teurer. Und zumal der Transport von Wasser, ich frage zu sagen, deutlich günstiger ist als der von Erdbeeren, weil Wasser einfach kein Verfallsdatum hat und man es auch besser transportieren kann. Also das wäre doch die richtige Lösung. Anstatt Erdbeeren jetzt wegen Wassermangel zu verbieten, könnte man doch einfach Wasser importieren. Aber auf diese Lösung kommt der grüne Umweltminister in Niederer Sachsen nicht. Und damit haben wir einfach das grundlegende Problem. Ich meine, warum produzieren wir denn nicht einfach alle Güter dort, wo es am besten funktioniert, und importieren sie dann? Oder warum pflanzen wir denn nicht die ganze unnutzbare Sahara in Afrika mit Solarpanels voll und importieren dann den Strom? Oder warum bauen wir nicht die ganzen kühle, bedürftigen Atomkraftwerke in der Antarktis und bauen dann Pipeline zu uns? Ich meine, genau das ist doch der generelle Gedanke von der Globalisierung, oder? Tja, all diese Versuche, die gab es ja in der Vergangenheit schon und die sind einfach aus Gründen der Stabilität und vor allen Dingen auch aus Gründen der Sicherheit wieder verworfen worden. Ich meine, stell dir mal vor, die ganze Sahara wird jetzt mit Solarparks vollgepflastert und diese Solarparks versorgen dann die ganze Welt via Pipeline mit Strom. Tja, dann hat man einfach ein riesengroßes Standortrisiko. Dann braucht man nämlich nur eine terroristische Gruppe oder ein Land, die dann eine Bombe in die Sahara werfen, danach geht das Licht auf der ganzen Welt aus. Oder zum Beispiel Länder wie Ägypten oder Libyen, da wo ja die Sahara liegt, die könnten uns dann einfach repressen. Sie sagen, hey, wir lassen den Strom nur noch durch, wenn ihr jetzt XY macht, ja, keine Ahnung. Und genau wegen diesem riesengroßen Standortrisiko braucht es nun mal Diversifizierung und auch eine Verteilung. Das Risiko, gerade von extrem kritischer Infrastruktur, muss einfach auch sehr viele Standorte verteilt werden. Und da zum Beispiel die Stromerzeugung ja kritisch ist, hat also fast jedes Land seine eigene Stromversorgung. Und wenn wir jetzt mal zurück zu den Erdbeeren kommen, gut, dann könnte man sagen, Erdbeeren sind jetzt nicht unbedingt kritisch. Die könnte man ja auslagen in verschiedene Länder, wo einfach die Anbaubedingungen besser sind, wo es warm genug ist, wo es nur noch Wasser gibt. Aber das geht ja dann nicht nur um die Erdbeeren, das geht ja dann um die komplette Lebensmittelproduktion, ja. Dass man dann quasi alles in andere Länder verlegt. Und wenn man dann seine ganze Lebensmittelproduktion in andere Länder verlegt hat, dann ist das auch wieder extrem kritisch für die eigene Versorgung. Dann ist man extrem abhängig und hat ein hohes Risiko. Man sieht also, diese Globalisierung hat seine Grenzen und diese Grenzen lassen sich einfach nur durch Innovation, durch Fortschritt und durch neue Technologien verbessern. Nicht durch irgendwelche neuen Verboten von den Grünen, ja. Also lasst uns in Zukunft Parteien bevorzugen, die auf neue Technologie setzen, anstatt auf irgendwelche ideologische Verbote. Und lasst uns unser Land dadurch zu einem besseren Land werden.